Hallo und herzlich willkommen zurück bei Witcher 3. Ja, wir stehen hier auf der Kiste, die wir, ja, wollen wir es Plündern nennen, die wir geborgen haben. Ich weiß es nicht, wie wir es nennen wollen. Denn wir haben hier diese Monster getötet, die standen um diese Truhe herum. Und wir haben sie dann einfach mal an uns gerissen. Aber ich glaube, mit dem Inhalt hätten sie eh nicht so viel anfangen können. Hier haben wir noch eine Wache, die liegt, die können wir nicht untersuchen. Hier können wir was aufnehmen. Altes Ziegenfeld, das ist nicht schlecht. Alchemistenpulver. Interessant, interessant. Und jetzt würde ich gerne, unsere Vitalität steigert sich jetzt nicht. Das ist ja nur tagsüber. Ich würde jetzt trotzdem gerne rüber zu den anderen Monstern da drüben, um noch ein paar Erfahrungspunkte zu sammeln, weil, okay, 100, 100, uh, ist das Wasser? Nee, okay, was war denn jetzt los? Na, egal. Denn 168 Punkte fehlen uns noch. Jetzt haben wir das Silberschwert. Und... Oh, der Sack. So, ausweichen. Und... Zack. Wow. Ah, ich dachte, ich hätte rechtzeitig Konder gedrückt. Anscheinend war... Gegrilltes Hühnchen essen. Feuer. Haben wir jetzt zwei erledigt. Wo kommt denn der her? Den haben wir jetzt auch erledigt. Hä? Nein! Das war jetzt ein Start nach Mars. Verdammt, was war jetzt der letzte Spielstand? Aber ich habe doch rechtzeitig L2 gedrückt, um zu... Konton, Meno. Ich hätte einfach noch ein Brot essen sollen. Mann! Da hier sind die letzten zwei Folgen gedacht. Wir haben es jetzt langsam ein bisschen. Aber nein! Wir lassen uns hier von so einem ertrunkenen töten. Wo sind wir jetzt? Normalerweise... Wir haben ja diesen einen Ort hier gefunden, wo wir die Truhe geplündert haben. Also eigentlich dürfte es uns nicht... Genau. Sehr gut, dankeschön. Aber das ist jetzt schon geplündert, ne? Ne, da haben wir noch zwei Kronen. Ne, er springt rüber. Die ganzen Sachen haben wir jetzt noch nicht mit. Quecksilberlösung. Und dann können wir das zerstören, ne? Ne, ne, ne. Mit den Fäusten. Ne, guck mal nicht. Was ist das denn? Was können wir... Keine Ahnung. Na egal. Jetzt gibt es Rache. Jetzt müssen wir... Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. So geht das nicht. Ne, ne... Oder ist das Silberschweck vielleicht besser? Wo haben wir es denn jetzt ertrunken, ne? Fische nicht... Steht jetzt hier nicht da. Das Necrophagenöl. Necrophagenöl. Haben wir das? Haben wir das zufälligerweise irgendwo? Wie sahen das jetzt aus? Schaut nicht danach aus, als dass wir es jetzt hier hätten. Können wir es herstellen? Das müsste ja unter Bomben dann sein, oder? Hier, da. Ne. Also wir hätten zwar Hundeteig genug, aber zwei Zahnblüten fehlen uns dazu. Okay. Das sollten wir echt sammeln, weil auf diese Viecher werden wir ziemlich oft, denke ich, mal treffen. Und jetzt ihn angreifen, ausweichen, ausweichen, ausweichen und Feuer. Und jetzt, zack, beide auf einmal. So, jetzt kommt da der vierte raus. Wir müssen schnelle Angriffe starten. Die sind schnell, die Viecher. Na, komm her. Und jetzt, zack, und noch einen schweren Angriff hinterher. So. Hat der gerade Unterstützung gerufen, oder was hat der jetzt gemacht? Na, komm her, du Mistvieh. Und jetzt noch... Brenne. Na, komm her. So. Jawohl. Man muss sich halt die ganze Zeit echt konzentrieren. Ertrungene, ertrunkenen Hirn. Na, endlich. Ich wusste doch, dass wir das von diesen Mistviechern bekommen. Aber letzten Endes muss ich echt sagen, ich finde es auch gut, dass man nicht von jedem da nochmal ertrunkenen Hirn... Aber ich glaube, wir brauchen noch ein drittes. Und weg ist er. Ne, da ist er wieder. Na, endlich. Dafür hat es sich wenigstens gelohnt. Schwalbe, wie viel brauchen wir? Ne, wir haben genug. Jetzt brauchen wir noch den Zwergenschnaps und das Schöllkraut. Sehr gut. Es ist ja cool, wenn man irgendwie bei den Kräutern und so was lesen würde, wie dieses Kraut ist da und da zu... Also eher da und dort. Da und dort. Hier und jenes, an jedem Platz. Zu finden. Das wäre natürlich noch ziemlich cool. Aber es wäre natürlich da auch wiederum ein bisschen zu einfach. Aber dann würde ich sagen, also wir brauchen jetzt noch Schöllkraut und diesen Zwergenschnaps. Den Zwergenschnaps könnte ich mir vorstellen, könnten wir eventuell... Entweder von der Kräuterdame selber bekommen. Oder... Ähm... Von der Frau in der Herberge. Ähm, ich sag's gleich mal so, mit Namen merken ist bei mir nicht immer so Bombe. Gesichter und so ist was anderes, aber Namen ist so... Hm, äh, wird's schwierig. Ich bin schon froh, dass ich mir den Namen von unserem Pferdchen Plätze merken konnte von Anfang an. Wir nehmen jetzt hier alles auf. Ist mir sowas von egal. Was wir finden... Nimm, was du kriegen kannst und so, ne? Das, was ich natürlich auch mitbekomme. Selbstredend. Also von der Myrte müssen wir doch schon mega viel haben. Plätze, komm mal mit. Brauche noch mehr Schöllkraut. Hier haben wir wieder die Myrte. Mehr Myrte. Das sah ein bisschen aus wie so ein Panda, die Kuh. Oh, die ist aber schnell aufgestanden. Krähenauge. Da drüben sind ein paar Gänse. Was machen die hier? Barbaren. Ja, okay, mit denen kann ich jetzt nicht... Da ist ein Kaufmann. Vielleicht hat der auch etwas davon. Da treffen wir uns wieder. Danke für die Rettung. Die Leute sagen ja alles Mögliche über Hexer, aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. Deine Waren hast du noch, wie ich sehe. Mein Wagen ist noch nicht repariert. Die Zeit vergeht. Meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Es ist doch schön, alte Bekannte wiederzusehen. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Was hat er denn? Wenn der jetzt noch Zwergeschnaps hat, dann rast dich aus. Ach, ist das schön. Es kostet und zwar 48 Münzen, aber das nehme ich gerne in Kauf. Ich gebe ihm dafür Geld. Und, ähm, vor allem zur Hälfte. Wie teuer ist denn das dann? Was ist das? Anfänger-Waffen-Reparatur-Set. Für 20? Nehmen wir mal mit. Kann man sicherlich gebrauchen. Haben wir jetzt noch hier irgendwas, was wir verkaufen können? Irgendwie. Keine Ahnung. Hier brauchst du ein paar Pilze. Naja, anscheinend nicht. Hm, jetzt mal was anderes, was wir hier verkaufen können, hier. Ist jetzt nichts dabei, was mir jetzt wirklich sehr viel Geld bringen würde. Beziehungsweise wir würden die Sachen dann eher zerlegen. Das würde uns dann mehr bringen. Oh, kannst du Stiefel gebrauchen? Warte mal, hier. Das ist ja jetzt nicht das, womit wir ausgerüstet sind, ne? Besten Dank, mein Freund. Pass auf dich auf. Gut. Alchemie. Damit fehlt uns jetzt nur noch... Schellgrau. Drei Stück. Die Gans, die Gans, die Gans, die Gans. Die Gans, die Gans. So. Hier haben wir noch mehr Myrte. Ich brauch aber Schellkraut. Hier haben wir Pilze. Geh jetzt trotzdem mir einfach mal rein. Der steht ja immer noch rum. Hallo Elsa. Brauchst du sonst noch was? Was warst du was interessantes unter der Theke? Komm drauf an, was du suchst. Siehst wie an? Hast du Schellkraut? Ne. Lebt wohl. So, plötzlich bleibst du jetzt hier in der Stadt. Und wir begeben uns jetzt hier rüber. Unsere guten Kräuterdame. Ich wollte doch jetzt gerade einen Weg sehen. Ach man, ich habe doch viel Eck gedrückt. Da, zack. Begeben uns jetzt da hin. Sehr viele Tiere hier. Das finde ich schön. Hier ist nur Myrte. Schwein. Dach. Myrte. Noch mehr Myrte. Also Myrte müssten wir jetzt genug haben. Ehrlich ey. Können wir irgendwas herstellen mit Myrte oder so? Das würde ich sehr begrüßen. Können wir das Fell mitnehmen? Nö. Das kann man gar nicht mitnehmen. Links ist gerade was aufgetaucht. Da habe ich auch zum Fell. Dann wird das Kinn. Das Krienauge. So, ich bin jetzt aber recht zuversichtlich, dass wir vielleicht auf dem Weg dahinter was finden können. Warte, da drüben war doch gerade was. Gelb. Gelb ist gut. Shellkraut. Sehr schön. Da drüben. Ist das auch Shellkraut? Ne, das ist Pusteblume. Pusteblume. Nochmal Pusteblume. Wahrscheinlich, genau. Das ist auch Pusteblume. Nach was gelbem Ausschau halten. Das war jetzt nicht so verkehrt. Was ist das für ein Gebäude? Nur Pusteblume, ey. Kann ich da rein? Hallo? Ah, falsch. Ne. Jemand zu Hause? Nee. Okay. Schön, 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 schön. Das ist wieder Pusteblume. Doofe Pusteblume. Ich brauche doch keine Pusteblume. Ich brauche Shellkraut. Aber ich bin schon mal froh, dass wir wissen, dass wir hier suchen müssen. Hase. Können wir den töten? Können wir dem das Fell über die Ohren ziehen? Jo. Aufnehmen. Groß Fleisch. Das war jetzt nicht das, was ich eigentlich wollte, aber so what. Gelb, 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 gelb. Dahin ist was Gelbes. Das sieht gut aus. Jawohl. Und eins fehlt doch, glaube ich, oder? Ja, eins fehlt noch. Eins fehlt noch. Hier drüben. Ja, da, da, sehr schön. Jawohl, wir haben's. Damit können wir jetzt Schwalbe herstellen. Das freut mich gerade, dass wir das jetzt in dieser Folge doch recht rasch hinbekommen haben. Innerhalb von 13 Minuten, wenn ich's gerade richtig sehe auf der Uhr. Wenn ich nicht gestorben, oder, beziehungsweise, wenn wir nicht gestorben, dann hätten wir es noch eher hinbekommen. Zack. So. Gehen wir mal rein. Ich nehm mal stark an, wir müssen es erst mal herstellen. Alchemie. Schwalbe. Gegenstellt herstellen. So. Zur Kräuterfrau. Ich hoffe so sehr, dass sie nicht schreiend. Och, ich hoffe so sehr, dass es was bringt. Ich habe einen Trank für Lena. Ich habe einen Trank für Lena. Schwalbe. Erstes Frühlingszeichen. Symbol der Wiedergeburt. Wie passend. Mal sehen. Ich sagte ja, er kann auch schaden. Sogar sehr. Bei mir wirkt er sofort. Aber mein Stoffwechsel läuft schneller. Bei ihr dauert es ein paar Tage. Warum hast du nun doch so entschieden? Ich fand es besser, als nichts zu tun. Ich mag dich, Hexer. Hier, ein kleines Geschenk. Weil es dir nicht egal ist. Auf dem Sterbebett. Abgeschlossen. Ich hoffe, es funktioniert. Stufe 3. Jawohl. Sehr schön. Ich hoffe, es hilft ihr. Diesmal war sie rechtzeitig an Ort und Stelle. Erfahrung. 350 Erfahrungspunkte dafür bekommen. 50 Kronen. Sehr stark. Tomira. Giftextrakt. Aber seine Antwort fand ich sehr gut. Verflucht. Es ist besser, als nichts zu tun. Und wenn sie eben sterben liegt, dann muss man halt alles probieren. Neuen Gegenstand erhalten. Schweiß und Blut. Okay. Lass uns mal nachgucken. Erstmal Inventar. Schweiß und Blut. Wird mich interessieren. Enthält Zusatzinformationen. Lesen. Ich würde mal vorschlagen. Das lese ich jetzt mal vor. Ein Schleier hängt zwischen der Welt, die die Menschen sehen können und die sie nicht sehen können. Dieser Schleier verhindert, dass die Toten die Lebenden sehen und die Lebenden die Toten. Einige Magier sind in der Lage, diesen Schleier zu durchbrechen und mit den Toten zu sprechen oder sie für kurze Zeit in die Welt der Sonne zu rufen. Dies ist die Kunst der Nekromantie. Die Toten können den Schleier ebenfalls durchbrechen und die Welt der Lebenden eigenständig betreten. Aber anders als die Nekromanten sind sie dabei nicht von Verstand und Willen getrieben, sondern von einem gedankenlosen, irrationalen Bedürfnis. Dieses Bedürfnis wird durch starke Emotionen hervorgerufen wie Bedauern, Sehnsucht oder Zorn. Sehr häufig werden diese Emotionen durch materielle Gegenstände geschürt, die den Toten gehörten, als sie noch lebten. Die häufigsten dieser Objekte? Eheringe. Lieblingsgegenstände. Oder das Objekt, mit dem das Verbrechen begangen wurde. Das die Toten in die andere Welt schickte. Das haben wir da, haben wir Erfahrung gemacht. Vor zwei Folgen war es, glaube ich, ne? Wo wir die, ähm, Frau, die tote Frau am Brunnen, ähm, bekämpfen, erlöst haben, wie man es sehen möchte. Äh, Schwalbe. Da, wir haben sogar gleich drei Dränge hergestellt. Okay. Das ist gut. Wirkt aber 20 Sekunden. So, und jetzt haben wir genug Pusteblumen. Wir haben Blütenblätter der weißen Myrte, davon haben wir auch genug. Das sind all diese Kräuter. Okay. Gut, gut, gut. Und wir haben einen Erfahrungspunkt bekommen. Äh. Mutter gehen zum Aktivieren. Hier platzieren. Wir haben aber keins. Wir haben zwar einen Punkt, aber bei keinem Mutter gehen. Mal gucken, was das wird. Kein Platz wird freigeschaltet auf Stufe 4. Dann würde ich mal sagen, wir können mit der Armbrust gerade echt noch nichts machen. Weil wir keine Armbrust haben. Äh. Was könnte man denn da mal nehmen? Wenn Schaden erlitten wird, ist der Adrenalinverlust um 20% verringert. Wir haben ja aber noch andere Zeichen. Können die Zeichen verbessern. Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt. Alchemie. Das allgemein, da haben wir einen Slot besetzt. Aber. Der Grenschild stößt Gegner zurück, wenn er zerbricht. Ist nicht schlecht. Was war denn? Der Schaden durch Igni schwächt auch den gegnerischen Rüstungswert dauerhaft. Der Effekt steigt mit der Zeichenintensität. Wird die Reichweite von Art um einen Meter aus der Regeneration. Wird schon mal überlegen, was war nochmal gezielten, feurigen Stoß. Genetische Energie. Im Wirkbereich verlangsamt. Das war das Schutzschild. Das finde ich gut. Dann wollen wir hierfür mal das verwenden. Aktivieren. Zack. So. Also das muss dann echt durchdacht sein. Das finde ich aber auch wirklich gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Slotzenstag. Ich hätte einfach nur vier mal drei rechnen müssen. Aber egal. Ich wollte zählen. Ich wollte zeigen, dass ich... Ich wollte euch zeigen, dass ich bis zwölf zählen kann. Ja, ja, ja. So. Wir haben Stufe 3 erreicht. Ähm. Was haben wir denn noch? Neues. Nacht. Was bekommen wir denn hier alles? Pestmeiden. Klossar. Pistarium. Geister. Nachterscheinung. Gott, oh Gott. Nachterscheinung strahlen eine unwahrscheinliche Traurigkeit aus, dieser hilflose Zorn. Ich fürchte sie, so wie der andere auch. Aber eigentlich tun sie mir leid. Pestmeiden. Okay. Mann, Mann, Mann. Wenn die Pest in einer Region wütet, wird die Gegend manchmal auch von einem Geistheim gesucht. Zeig dir uns da den Stinkefinger. Das fällt mir jetzt erstmal so auf. Fick dich. Okay. Uh. Was brauchen wir da? Kartetsche. Bombe. Hybridenöl. Und Art. Das Zeichen. Kartetsche. Wie könnte man denn eine Kartetsche herstellen? Da, was bräuchten wir denn dafür? Seit Peter haben wir Calcium-Ecum. Wieso haben wir denn das herbekommen? Es wäre jetzt nicht schlecht, wenn wir das hätten. Ich muss aber kurz rein. Wir wollen ja gut vorbereitet sein. Äh, hast du Kräuter... Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Vielleicht hat sie das ja auch. Ich mag sie. Calcium. Irgendwas mit Calcium oder so. Was bitte, wenn man aufsetzt? Peter... Calcium. Calcium, ich ja... Na, guck an, was doch gut. Wie viel brauchen wir denn? Ich hätte mir das merken sollen. Hast du irgendwelche... Entschuldigung. Entschuldigung. Ich vergesse immer wieder, dass ich dann auch hier... Jetzt, wenn ich hier zurückgehe, auf Alchemie gehe... Ach, Mann. Katze. Ähm... Zwei Stück. Das ist mir das Geld jetzt echt wert, dass wir da was haben. Um das Vieh zu besiegen. Oh Gott. Calcium, genau. Zwei Stück. Dankeschön. Kann ich dir irgendwas verkaufen? Hier, guckst du eins. Da haben wir schon mal 16 zurück. Kannst du das hier gebrauchen? Nee, 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 nee. Armeno. Brot? Willst du vielleicht Brot? Oh, egal. Gegenstand herstellen. So. Lebewohl. Besten Dank. Ich finde sie toll. Ich mag sie. Die gute Tomira. Jetzt müsste ich doch eigentlich hier... Ach, falsch. Du Idiot. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich mag dich. Alles gut. Hier ist nichts passiert. Weiter machen. Verdammt. Gott. Nein. Jetzt habe ich... Oh, 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 oh. Ich raste gerade aus. Ich bin gerade mega überfordert. Jetzt habe ich ein Hühnerbein gegessen. Das wollte ich doch gar nicht. Was soll der Scheiß? Ach, Mann. Inventar. Lass mich doch in Ruhe. Da. Für Gegner im Explosionsradius Schrapnellenschaden zu. Bewirkt etwas Feuerschaden. Zerstört Monster. Und ist da. So. Gut. Oh, da haben wir einen Wolf. Attacke. Komm her. Ich kann den Pelz gebrauchen. Ach, ist ein Warg. Oh, auf einmal dreht er sich um. Jetzt hat er es eingesetzt. Kommt ihr wieder her? Hallo. Oh, da kommen mehr. Da kommen viel zu viele. Wo kommen die denn auf einmal her? Ah. Oh. Renne doch. Renne. Renne. Rolle. Rolle. Völfe sind nicht so einfach. Wir lassen das jetzt mal. Tschüss. Oh, Mann. Hier. Noch mehr Schillkraut. Die Schweibe hilft uns selber auch gut. Deswegen sollten wir das Schillkraut echt mitnehmen. So. Jetzt rennen wir mal zurück. Weil ich gucke gerade auch auf die Uhr. Wie lange wir schon wieder spielen hier. Wie lange wir schon zocken. Und da würde ich jetzt in dieser Folge, dass die Mission mit dem Greifen nicht mehr anfangen wollen. Das würde ich dann komplett auf die nächste, nächste Folge konzentrieren. Wir könnten in dieser Folge nochmal kurz bei unserem Schmiedfreund vorbeischauen. Wenn ich ihn gerade zu Hermann höre. Hallo. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Ja, ich, das nicht mal so wirklich. Doch, guck mal. Interessant, interessant. Aber wir haben kein Geld. Mal abgesehen davon. Mal abgesehen davon. Ein Sattel. Haben wir doch, glaube ich, hier. Satteltaschen wäre dann eher was, was wir gebrauchen könnten. Handwerk. Muss was repariert werden? Nee, das ist soweit okay. Ähm, zerlegen. Was brauchst du? Wir brauchten noch normalen Draht. Einen Moment. Wir brauchen noch normalen Draht. Und Leder war es gewesen. Hast du da... Habe ich irgendwas damit Leder? Hier hätten wir das Leder. Genug Leder. Aber wenn wir kein Draht haben, brauchen wir das auch nicht zu machen. Diese doofe Schnur bloß, ey. Nee. 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 Okidoki. Gut. Monster-Zunge. Kannst du uns leider nicht weiterhelfen. Tut mir leid. Na, spüren wir jetzt noch rüber. Gut. Meine Freunde, dann würde ich sagen, beenden wir hier diese Folge. Wir rennen jetzt noch kurz zu Wesimi zurück. Da steht er schon. Und dann beenden wir... Auch Plötz ist er auch schon da. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr vorbildlich. Finde ich gut. Dann bedanke ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin froh, dass wir... Lena hieß die Kline, ja. Hoffentlich jetzt helfen konnten. Jedenfalls, dass wir erstmal diesen Drang Schwalbe herstellen konnten. Und die Stufe 3 erreicht haben. Und in der nächsten Folge... Ja, holen wir uns die Bestie von Weisgarten. Den Greifen. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Und dann bis zum nächsten Mal bei Witcher 3.